Hallo, heute begrüßen wir euch und senden euch einen lieben Gruß aus dem Pier 17 im Ankerplatz. Wir sind Sandra und Nicole und wir stehen hier im Pier 17, einem Begegnungsort, den wir geschaffen haben, um mit euch ins Gespräch zu kommen über Gott und die Welt. Ja, das sind die Öffnungszeiten für diese Woche. Im Moment ändern die sich immer noch wieder, bis sich das ein bisschen eingespielt hat. Deswegen veröffentlichen wir die regelmäßig bei Facebook, bei Instagram und ab jetzt auch auf der Homepage. Damit alle vorbeikommen können, denen zu Hause ein bisschen die Decke auf den Kopf fällt, die sich einsam fühlen und die ins Gespräch kommen möchten. Deswegen immer die aktuellen Öffnungszeiten. In diesem Sinne wünschen wir euch einen schönen Abend. Lasst es euch gut gehen, bleibt bitte gesund und bis bald. Tschüss! Tschüss!